Ähm, meins geht auch nicht mehr kaputt irgendwie, weil es auch Auto Repair drauf hat. War ich nicht, Auto Repair ist automatisch gekonnt. Die Frage ist halt, wo ist das? Ach, ich weiß warum die hier so hart spawnen, packt Eis. Ja, und wenn dann die Spawner noch dabei sind, dann erst recht. Ich hole mir mal einen Bogen. Und ein paar Pfeile. Mach das. Oh, haben wir ein paar. So, was haben wir einen Bogen? Gebt ihr Feuerunterstützung. Ja, ja, da ist noch ein Spawner. Ja, da ist noch ein Spawner, ja, zatsch weg war ich. Alles klar. Du kommst auch nicht nach oben geschwommen, weil die dich mal wegkicken wieder. Hast du da oben das Packteis zerstört? Nein. Ich frage mich warum das kaputt gegangen ist. Hm? Warum das Packteis der Hände kaputt gegangen ist. Wo ich das war. Ach, das war aber doch nicht im Müll, dass du es nicht warst. Weiß. Mach ich aber. Was ist denn diese Dreckskiste? Oh ne. Vielleicht ist es auch nur ein Block. Vielleicht ist es auch keine Kiste. Naja, glaube ich nicht. Glaubst du oder weißt du? Ich weiß was. Weil bis jetzt waren das nämlich immer alles in Kisten drin, die Wolle. Weil das nämlich nicht nur eine Wolle war, sondern 36 Stück oder 34 Stück insgesamt. Naja, stimmt. War ja auch ein Wokko. War ja immer die komplette Kiste voll. War ja immer die komplette Kiste voll. Hm. Meistens ist das ja eher in der Mitte. Ja, ich geh jetzt von Plattform zu Plattform. Ja, das ist aber generell eigentlich immer unten. Ja, aber vielleicht finden wir noch andere Kisten. Versuch ich jetzt schon da durch zu gucken. So ich das weiß. Also ich darf vielleicht was seh. Aber die eine Kiste hab ich dadurch gesehen. Habste. Hast du die Kiste? Ja, sehen tu ich se. Komm Wasser raus. Komm Wasser raus, hallo. Keine Ahnung wo die sein soll. Wenn die nicht blutet ist das ja. Ne, hier ist auch nur Glas drin. Okay. Oh, wo scheiße bin ich. Ich mach da mal einen Block drauf, dann weißt du, dass ich da schon war. Scheiß Skelette. Scheiß Skelette. Hm. Merkwürdig. Aber die explodieren auch in den Sinti-Fiecher, ne? Hm. Wollen willst du in das Wasser gehen, um in Sicherheit zu kommen? Bring die dich wieder weg. Ich geh wieder nach oben. Tschüss. Meine Fresse ey. Da unten wo du dich grad hochbaust ist die. Mhm. Ja. Alter, die ist. Das ist, das sind doch hohen Creeper. Ja, die explodieren nicht ins Cent. Ja. 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 Links rum und da ist das eingehüllt drin. Wir können raus. Ja, toll. Ich muss immer die Mitte finden. Vor allem war das Ding auch gar nicht in der Mitte hier jetzt. Mal erst mal ne Seite versteckt. Ich muss immer die Mitte finden hier. Ja, das ist schwer. Das ist schon mal ne Schaufel gesehen. Ich hab alles kaputt. Taktik. Oh mein Gott. Ich sterb gleich. Dürfte mich noch ein Creeper bin ich tot. Ich hab wieder ein halbes Leben. Ich war komplett voll geladen. Okay. Creeper verpisst dich. Muss ja mal einbauen wieder. Achso. Ich weiß nicht wo das Ding ist. Keine Ahnung. Kannst du mich zufällig sehen? Meinen Namen. Ja. Ich seh auch das Ding. Ich seh hier den. Den. Ne sag mal schnell. Den hier den Tetherback. Ja. Ich buddel mich jetzt von unten durch. Äh. Was ist die denn? Ja ich seh dich. Ja da. Hallo. Hallo. Ich hab noch ein bisschen. Wie viele Creeper da sind ne. Mhm. Wie schnell die spawnen vor allem. Und dazu noch viel zu schnell explodieren. Aber das sowieso. War da Wasser an der Stelle? Gott. Ja. Da war Wasser. Ja. Hab ich gemerkt von. Back to win the Creeper. Oh man ey. Ähm. Da. Oh ist ja überall Wasser. Ja. Ich weiß. Da schlägst du ein komplett Wasser raus. Das ist halt das Problem. Ja. Krügelst du auch mit dem Hammer ein ne? Hä? Ich weiß gar nicht wo das Ding ist. War das bei dem. Bei dem Sand da hinten? Ja. Ja. Exterminator's Hammer. Gilevan Arendso. Ja. Habe ich auch so. Der ist. Der ist geil. Der ist geil. Den hab ich grad bekommen. Habe ich auch. Kann ich den ja mitnehmen. Wir müssen eigentlich die eine Welt machen um. Batterie wieder zu holen zu können. Wenn du Rüstung wieder reparieren kannst. Ja. 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 Wo kommt der ins Wasser noch her? An vielen Stellen. Knöpchen. Was nervig. Tja. Also. Das ist ja gleich halt 4. Ja, schau sehr. Meinem Gd. Na wo ist denn der Kackblock davon? Hä? Wo ist der? Ich finde den Block nicht mehr. Du hast ihn abgebaut auszusehen. Ich habe es gerade gesehen, weil ich gerade runter wollte und dass du mich siehst, wo ich bin. Und weg war er. Schlimm ist das nervige Wasser. Er hat ihn mit abgebaut, ich glaube es nicht. Sag der Richtige. Ich habe den aber im Inventar gehabt. Ich weiß nicht, ob du den Inventar hast. Boah, scheiß Wasser ey. Ist der nervig gewesen so unten. Was ist das geschafft? Ja, wie viel Laboratorie-Blöcke ich jetzt mit habe. Oh, ist egal. Der Crossbow war scheiße, ne? Zum Schießen. Mach mal Reds rein, ne? Jo, mach rein. Hier hängen wir voll aufeinander, die Dinger. Was hängt aufeinander? Ja, die Port-Punkte. Ja, die Port-Punkte. Denk voll scheiße gerade. Ne, hast du nicht gemacht. Hab ich. Ne. Ich habe es raus gemacht, eben. Ne. Doch hab ich. Buck, dice ist aber noch drin. Reis Palace Palatze. Ähm, Kabel kaputt? Vielleicht. Ich nehme mal ein paar ME-Kabel mit. Ich gehe mal ein Luki-Luki machen. Ich gehe mal ein Kreativ geben. Hä? Warte. Ja, da würde ich auch ein Kreativ das machen. Ich gehe mal kurz Kreativ gucken. Müsste hier hinten sein. Ach. Also, da schon mal nicht. Das ist heil hier. Warte mal, ich nehme mal hier... Ich packe mal eben das weg. Bedrock. Ich gehe mal kurz im Bedrock weg. Naja, und schau mal von unten, ob da ist. Ja, wenn man es euch gerade hin will. Hier ist noch alles anscheinend da. Aber irgendwo muss das ja kaputt sein. Frage ist wo. Frage ist echt wo. Oh, ist kaputt, der Scheiß. Kannst du da unten so lang? Warte, wo gibst du jetzt so lang? Oh, ne, wann? Nein, mach mal kurz hierzu. Weißt du, wo kaputt ist? Oh. Da, wo du runtergegangen bist. Hier. Trollolo. Kaputt ist kaputt. Boah, die Küper-Näffen. Hat er? Ne, falsches Kabel. Gut, ihr mal die richtigen, als... Gräte. Äh, und kriege ich die mit Retzkrieg nicht? Eigentlich ja. Ich hab sie. Aber irgendwie, ich mag da. Ah! Sind... Wann, was sind das für welche? Hermitians, Kabel, Black. Ja, okay. Ähm... Ab. Ja, ab sie. Okay, ist wieder heil. Das war mir auch nicht aufgefallen. Ich hab auch keine gesehen, dass ich im Inventar hatte. Gimmitsch. Nur, die sind irgendwie kaputt gegangen. Oh, Bedrock, schweiß ich mal weg. Ich bin schon, ne? Ähm, Game Mode 9. Jetzt ist weg, ne? Keine Ahnung, kann ich dir noch nicht sagen. Hab noch nicht geguckt. Hab nämlich nur ein halbes Leben. Ah, jetzt ist weg. Aber die Kabel gefehlt haben. Oh! Ein Zufall. Was ist das? Wow. Was sind denn für die Welt? Oh! Yo! So ne'n Buch. So ne'n Buch und Glas. Ja, ja. Ja. Willste sehen?